Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste, Herr Stohn, Sie haben gar nichts gesagt zur Änderung der Rundfunkrechte der Staatsverträge, worauf sich dieser Antrag bezieht. Es ist ja klar, das ist ja absehbar und offenkundig, dass es hier ständig zu allen Themen, wir können auch über das Wetter reden, um AfD-Bashing geht. Sie haben mich auch wahnsinnig gerne intellektuell mit Ihnen duellieren, aber Sie sind leider unbewaffnet, deshalb verzichte ich darauf und rede mal zur Abwechslung zum Thema. Was wir gegenwärtig, wenn Sie sich ausgetobt haben, rede ich gerne weiter. Sie können gerne Kurzintervention machen, schauen Sie in die Geschäftsordnung, kommen Sie doch mal runter, es tut Ihrem Blutdruck auch gar nicht gut. Mein Gott, wie unsouverän. Zum Thema meiner Sache. Wir erleben gegenwärtig weltweit gravierende Veränderungen auf dem Gebiet der Medien. Auch in Deutschland, das ist nicht zu leugnen, gibt es Unmut über das bestehende System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Finanzierung. Doch was geschieht? Auf all dies wird seitens der Verantwortlichen stoisch durch maximale Ausdehnung des Angebotes und einer Inflation an Rundfunkänderungsstaatsverträgen reagiert. Wir müssen endlich die wichtige Aufgabe angehen, das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem zu reformieren, nicht abzuschaffen, Herr Stohn, zu reformieren. Ohne Denkverbote muss analysiert werden können, welche Aufgabe es nach Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, zu der wir vollumfänglich stehen, sich in dieser ständig wandelnden Medienlandschaft noch erfüllen lässt. Das war jetzt ein beredetes Beispiel. Vielen Dank für diese mustergültige Vorlage. Da Sie ja inzwischen solche Brandmauern in Ihren Köpfen haben, dass Sie, sobald Sie AfD-Politiker auch nur sehen, leichte Hysterieattacken bekommen, zu einer rationalen Argumentation überhaupt völlig unfähig sind, möchte ich Ihnen berichten, was die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten vergangene Woche der Öffentlichkeit mitgeteilt hat. Die KEF überprüft den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und empfiehlt den Landesparlamenten die Festsetzung des Rundfunkbeitrages. Jedes der 16 Mitglieder wird vom jeweiligen Ministerpräsidenten seines Bundeslandes ernannt. Sie können also völlig beruhigt und aufmerksam zuhören. Es ist kein AfD-Mitglied dabei. Für die Jahre 2021 bis 2024 hatten die Intendanten einen Mehrbedarf von rund drei Milliarden Euro angemeldet. Diesen Wunschbetrag kürzte die KRF um die Hälfte. Trotz allem wird es zu einer Erhöhung der Rundfunkgebühren auf 18,36 Euro führen. Die KEF sagt, die Sender sind ausreichend finanziert, Zitat, Zitat weiterhin, es gibt keinen vernünftigen Grund für die hohen Gehälter. Das Gehaltsgefüge ist im Vergleich zum öffentlichen Sektor deutlich, Zitat, erhöht im Vergleich mit der privaten Medienwirtschaft leicht über den Durchschnitt. Die bisherigen Einsparungen kritisiert die KEF als dürftig. Und deshalb bitte ich Sie, schon vor fünf Jahren wurde vom Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien gefragt, wie würden wir heute eine Vielfalt und Qualitätssichernde Medienordnung schaffen, wenn wir das Wort Rundfunk-Staatsvertrag noch nie gehört hätten. Dieser Frage sollten wir uns mal ergebnisoffen aussetzen, ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen zu wollen. Deshalb sind wir gegen diesen Antrag, weil wir eine dringende Reform des bestehenden Systems anmahnen. Vielen Dank. Applaus Lieber Ex-Ministerpräsidenten, Kandidat, Kollege Senftleben, noch mal zur Klarstellung. Der Vorhalt ist ja falsch. Sie haben da Übung aus dem Wahlkampf, aber nur weil Sie lügen, dass sich die Balken biegen, wird es ja nicht wahrer. Wir fordern weder eine Einschränkung der Pressefreiheit, noch wollen wir das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abschaffen. Das ist völlig falsch. Und wenn Ihr Vorwurf ist, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass eine grundsätzliche Reform dieses Systems aus unserer Sicht nötig ist, auch zur langfristigen Erfüllung des grundgesetzlich garantierten Anspruchs auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann haben Sie recht. Das werden wir auch immer wieder tun, weil es hat sich ja nichts geändert. Und das ist nun mal Politik, da muss man dicke Bretter bohren. Und natürlich sind wir konsequent unserer Linie folgend, dann auch gegen diesen Änderungsantrag oder diesen Antrag. Und was diesen Appell zur Sachlichkeit angeht nach diesem Ausfall Ihres SPD-Kollegen, da muss ich schon sagen, Sie haben kontinuierlich, vielleicht liegt es an der Halsstarre nach rechts oder so, aber haben Sie kontinuierlich in die falsche Richtung geschaut. Weil ich muss sagen, das, was der Kollege Stohne abgeliefert hat, das war der Gipfel der Unsachlichkeit gepaart mit einer Mischung aus Hysterie. Das ist keine vernünftige Politik für das Land. Und das kommt ja auch draußen so an. Vielen Dank.